Hi Leute und willkommen zurück zu Vampir. Ich bin jetzt einmal schon wieder zurück ins Krankenhaus gegangen, damit wir dann von hier aus zurück zu den Docks können. Ich wollte noch einmal eine Blutprobe analysieren. Da bekommen wir ein besseres Ausdauerregenerationsmittel freigeschaltet mit. Und dann wollte ich noch ein bisschen was herstellen. So. Okay. Wir haben ja so ein bisschen Nebenquests gemacht gehabt. Und jetzt machen wir praktisch das Hauptding weiter. So. Du. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital. It is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. Okay, let's see what that monster did to the woman. Good partner. Good partner. Ich bin jetzt ziemlich beschäftigt, Dr. Reed. Du brauchst meine Unterstützung? Keine Angst. Ich kann das mit mir selbst beschäftigen. Ich habe nur nicht die Zeit gemacht, um das zu tun. Dann bist du Glück, dass ich die Zeit gemacht habe, um das zu tun zu tun. Ich wünsche es eine Stimme von Solidarität zwischen Professionellen. Ich wünsche, dass dieses Hospital von dir so viel Aufmerksamkeit von dir bekommen, Dr. Reed. Wir sehen dich nicht sehr oft sehr oft. Danke für deine Zeit. Wir sprechen später. Okay, wir gucken uns jetzt erst mal um die Leute, die hier so ein bisschen sind. Hier hat sie auch Blutarmut, der die Toten bestiehlt. Migräne. Blutvergiftung, genau. Ich wünsche mir, dass ich wiederholt bin. Ich fühle meine Blut mit dem Fieber. Guten Abend, Herr Elwood. Guten Abend, Dr. Reed. Soldier, du brauchst du Hilfe? Nicht wirklich. Ich denke, dass du etwas in diesem Krankenhaus verletzt hast. Ich versuche, dass ich tot, noch schüttet, Dr. Reed. Wie lange, als du hier bleibst, werde ich sicher, dass du nicht über deine Gesundheit beschäftigst. Ich glaube, dass du nichts über das tun kannst. Das Schmerzen ist fertig. Okay. Guten Tag für heute, Herr Elwood. Ich habe mich überrascht, auf jeder Straße. Ähm, wo war ihr Zimmer? Hier. Oh, hier ist ja. Wow, ich dachte jetzt, überall Blut und so. So wie die eine Schwester und der Dr. Swansea erzählt haben, dachte ich hier, jetzt war alles voller Blut. Oder irgendwie so. War nicht hier das bisschen. Da habe ich ja draußen auf der Straße schon mehr gesehen. Kleiner Bottle voller Ramsch. Okay. Also. Warte. Die haben Disgust an every street corner. Und da, ich bin ein bisschen. Das Migräne-Rezept habe ich noch nicht. Okay. Was muss ich denn wohl noch finden? Hier ist jetzt, sie hat, er hat auch. Der draußen. Der draußen. Und dann kann ich mir dingehören. Oh. 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 mit Ihrer Gesundheit, Mr. Chidana. Niemand von uns ist immun zu dieser Krankheit. Und das ist ein gutes Ding. Die Tod und Krankheit sind ein konstantes Erinnerung unserer Mortalität. Aber Sie haben meine Dank, Dr. Reed. Tschüss, Mr. Chidana. Ich gebe es zu. Da war der. Kopfweh. Hallo? Dann hack ihn ab. Warum hat niemand mehr gefragt, seitdem ich hierher bin? Ich dachte, ich war in einem Krankenhaus. Schade, du bist nicht die einzige Person, die Hilfe braucht. Und es schweigst du dir nicht gut. Na ja, vielleicht bist du richtig, Dr. Reed. Ich bin sicher, wenn meine Frau noch nicht alive, sie würde nicht so glücklich sein, mit mir zu gehen. Tschüss, Herr Fittig. Ich habe dich später. Der hatte Kopfweh. Der hatte jetzt nichts mehr. Der hatte auch noch eine Blutvergiftung. Das war, glaube ich, der andere Händler, ne? Warte, das machen wir später. Ich glaube nicht, dass die Händler wegsterben können. Wir müssen jetzt den Weg hier hinten hin zurückfinden. Kann ich einfach hier die Straße lang gehen? Vorher sind wir ja irgendwie mit dem Boot hier so lang. Ich hoffe, dass ich einfach die Straße lang gehen kann. Und vielleicht ohne, dass mich irgendwelche Verrückten ermorden wollen. Das wäre noch besser. Es scheint, dass die Priewen ihre Patroule in dem Distrikt wiederverdämmen. Ich muss sich mehr bemerken. Ja. Ist nicht genauso. Wir haben mich halt trotzdem gesehen. Dreck. Das ist mir! Ich muss mich in Ruhe. 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 Ach, noch mehr. Ich muss mich in Ruhe. 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 Okay. Ich muss da vorne halt durch. Gibt es kanalmäßig irgendwie was? Ich will gucken, ob ich so durchkomme. Ich will gucken, ob ich so. Over there! There's one of them vermin! Steady, boys! We've got one of them! There! Get their weapons ready! Put Vergeiles! Natürlich. Ich war mich gerade am heilen. Henne. Bitte. Danke. Ist jetzt wieder so eine verschlossene Tür gewesen, denn wäre vorbei gewesen. Das ist ein Mann, wir haben hier. Wir wollen nicht auf unsere Straße. Also, du kannst mir deinen Namen sagen? Der Name ist Booth Digby. Vielleicht werde ich meine Jungs zu schreien ein oder zwei von deinen Knie, um es zu erinnern. Du kennst dich, wo ich Sean Hampton finder kann? Ich muss ihn mit ihm sprechen. Der Schöne Schöne. Warum willst du ihn mit ihm sprechen? Er war einer meiner Patienten, an der Pembroke Hospital. Ah, ja. Ich habe gehört, dass der schlusser Basterde von einer anderen Knie abdukt wurde. Du besser fragst Tom Watts. Er kennt Sean Hampton gut. Auf Wiedersehen, Herr Digby. Bei dem ist alles okay. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Wenn du Geld hast, habe ich dir alles, was ich habe. Ah, aha. Ah, das ist Geld. Okay, hier gibt es dann Griffe und Abzüge. Guten Abend, Frau Cox. Hallo wieder, Dr. Reed. Was willst du? Was hast du denn? Ich bin für Herrn Sean Hampton. Ich bin für Herrn Sean Hampton. Du kennst dich, wo ich ihn finden kann? Der Schöne Schöne? Ich habe gehört, dass er muggered oder so ist. Ja, er war. Aber er hat die Krankenhäuser. Du sagst nicht. Ich glaube, es ist gut, dass es gut ist, für die Gehäuser und die Gehäuser. Sie fragen, dass sie etwas wissen. Ich weiß etwas. Good-bye, Frau Cox. Oh, gut. Pleasure, Herr. Es ist ein Zeitpunkt, wenn wir sehen, irgendwelche Neues sind. Mark meine Worte. Ja. Diese Mörder sind die Arbeit von ein Vampire. Ein Vampire? Nicht ein Kropp von Blut in seinem Körper. Das ist die Arbeit von ein Vampire. Sie hat doch da an der Bar gearbeitet, ne? So ein bisschen neun Leute hier. Das ist meine Worte. Er ist die Art von Blut. Where am I? Sie kennen mich nicht? Wir treffen uns ein paar Nachts vor. Ich nehme dich persönlich. Ich habe viel Energie vergessen, zu vergessen, was ich gemacht habe. Ja. Sie haben dann auch viel zu viel zu essen. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Ich bin Dyson Delaney. Ich versuche dich zu erinnern. Das hoffe ich gerne. Das ist das... Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me that? About a sad saint. I try asking Tom what's about him. Goodbye, Mr. Delaney. So, let's talk about you. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point. Who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist. And they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour. But I cannot tell you how to find him. Sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Hat der mir nicht in die Augen geguckt? Naja, dem geht's wieder gut, er kann ja saufen. So, der Barkeeper weiß was, also. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me, then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Can I not notice, but thank you. Goodbye, Mr. Watts. It's a good thing you cannot see me now. Oh, I think I'm losing my mind. Oh, sure. But the door is now on. The door was not on before. Hier war der andere Arzt mit der Vampirfrau drin. Wer tuschelt da? Können wir jetzt auch hinter dem Tresen raus? Ich kann nicht innen. Vielleicht sollte ich die Türkei vertreten. Ich sollte nur so weit weg von diesem Ort, wie ich kann. Irgendwo... Genau, da war Loot und hier vorne auch. Und ich wusste halt in den ersten Episoden nicht, wie man da hinkommt. Ich dachte, man könnte hier denn irgendwann durch. Aber sind wir noch zu. Cool ist es. Willst du da? Ganz gechillt. Steht aber noch rum. Okay. Wie gesagt, im Wasser lang. Moment, aber nicht da, wo wir schon mal waren, oder? Ja. 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 Das war doch. Hier, wo wir schon mal waren, oder? Okay, anscheinend müssen wir hier rein und die da bekämpfen und der hat einen Flammenwerfer? Was? What the fuck? Hier, nimm rein. Oh, wait. Der treppt wirklich, Flammenwerfer. Okay. Okay. Könnt ihr mit dem Feuer weggehen? Das ist däufig. Ah, hier steht noch eine. Okay. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, wir haben jetzt der Tode bekommen. Ich bin zu nervig geworden. Oh, ja. Nein. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Hier ist schön. Null, wir haben eine Pistole bekommen. Warum kriegen wir nicht die Flammenwerfer? Was soll das? Wir haben die hier bekommen. Feuerrate 5, Nachlade 10, Nachlade 10. Okay, schlechter. Aber die ist von der Wertigkeit höher. Ja, die ist schon Stufe 2. Das heißt, die kann man bestimmt auch höher upgraden. Und du... Okay. Da, so, da haben wir... Hallo, da, komm, komm zu mir. Oh, hier ist sogar... Okay. Ich brauche keine gewöhnlichen Griffe mehr. Davon habe ich genug. Und dann laufen die mit Schmiermitteln in der Tasche rum. Der ist ja hinter dem Mauer. Ich dachte, der... Und dann... Oh, hier ist es doch alles. Hm. Okay, bekommt man doch was, wenn mein Fässer kaputt macht? Oder war das jetzt Zufall, dass da noch Geld kam? Okay. Ach ne, wie sollen wir ... Hä, wie müssen wir jetzt zurück? Lol, toll. Ich geh hier weiter. Multi. Da. No, no, no. Komm her. Ja, komischen Leckattacken. Kannst du dich schön mal sein lassen. Ja, komisch. Ja, komisch. Ja, komisch. Ja, komisch. Ja, komisch. Wie kam ich eben ... Ach so, wegen dem Unterschlupf-Symbol dachte ich, wir müssen wieder zurück. Aber müssen wir nicht. Die müssen hier einfach fight her. Und ... Die Jäger da, die lassen wir mal ruhen. Natürlich schießt du. Ah! Ah! Ich hab schon gesehen, dass der vorgezielt hat durch den Stein durch und ... Okay. Bitte nicht schießen, ich bin freundlicher Vampir. Ich bin nur zum Looten hier. Ich bin nur zum Lied. Ich bin nur vom Lied. Ich bin nicht immer fürs Lied. Ja. Ich bin doch keine grave. Ich bin nur vom Lied. Ich bin nur Erd light. Ich bin nur falls mir im Lied. Oh, da! Okay, hier sind wir richtig auf jeden Fall. Okay, hier sind wir richtig auf jeden Fall. Okay, hier gehen wir mal rein. Da. Okay, looten. So, jetzt. Okay. 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 Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Okay. Mit den Leuten hier will ich off-screen sprechen und wir gehen dorthin. Das heißt... Wir müssen da irgendwie hin. Hast du das denn sein Nebel? Okay. Du liegst in meinem Wohnzimmer. Raus! Okay. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!